So, und ja, hier. Ich in Thailand und der Kanal heißt Ada. Ja, es ist ein Teamshow. Also, heute haben wir Bieses vor. Also, heute machen wir eine erste Show. Also, die erste Show ist ein Ding. Äh, Wetterbericht und so weiter. Ja. Wetterbericht und so weiter. Ja, und, ähm, ja, also so Nachrichten und dann ist Part 2, ähm, Banküberfall. Und so weiter. Ja, und Part 3, zeigen wir es euch dann. Aber Part 4 ist das Beste von allen. Okay, dann, ja, klappt. Hallo, ich bin Thailand mit den Nachrichten. Heute, heute ist es ganz kalt. Man kann es so sehen. Es ist, ihr seht es auch, es ist, 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 es sieht es doch aus. Guckt doch da hin. Guckt da hin, es ist rieflich kalt. Ja. Und es gibt heute, ja, es wird heute richtig Regen. Es wird sogar hagen, wenn ihr es sieht. Es wird richtig sein. Ihr werdet, ihr werdet tot, und heute. Und heute war es so schlimm, zu den beiden Nachrichten, ein Kuscheltier, ein Kuscheltierpanda, hat ein Messer genommen, und hat ein Worte mit Umring. Aber er hat es nicht geschafft. Also, wir können, wir zeigen, Ines, gleich, wir zeigen gleich zum Kuscheltierpanda. Okay, ja, der ist zum Kuscheltierpanda. Jetzt, geh, jetzt, haben wir noch ein Fübelland. Das Tier, der Panda macht übelts von auf Mark Riggs. 10 Sekunden später. Oh, jetzt wache ich aus dem Winterschlaf aus. Oh, was soll sie, was wisst ihr ja machen, Panda Bär? Panda Bär, was soll sie, wisst ihr ja machen? Keine Ahnung, ich hab mein Heimatnäuer gefunden, dann hab ich ein Job als, und keine Ahnung, und dann hab ich einmal angespuckt, und dann bin ich so in eine Mafia-Agetenführung gegangen, und hab mir eine Pistole gekauft, und hab mir eine Pistole gekauft, ne, ja, meine Pistole, die Pistole, die Pistole, die Pistole ist nach 15 Tagen kaputt gegangen, und ja, das war's, dann hab ich mein Messer genommen, und wollte als Attentäter anfangen. Oh, 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 das ist peinlich, richtig peinlich, und, ich bin da, und, 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 und das ist der Bürgermeister, der mich gerade umgebracht hat, also keine Panik, ok? Umgekehrt... Wow, shifting... Wo ist denn da? Wow, ich mach' mal ne LassauRACE! Meeeeeewww... Bam... Pam... Pam... Nies, dropped, ne! Bah... Bow... Bah... Bah... Babe... Bam... Beim... Aus... Au... 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 Au! Actsung der Reiheh- Ah, ich emprenne... Prozent und auch in dem Weg ja 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 aber es ist ein kürzlicher weise ja aber 15 Sekunden schweige schweige Sekunden Ja, und 15 Sekunden, Schweigemnute, bitte. Oh, es wird langweilig, diese Schweigemnute. Ich hab eh so, diese Panorätigkeit. Wer ist das? Ja, wer ist das? Wer ist das? Komm, komm, wer ist das? Ich bin an dem Vorhaut, Alter. Wer ist das? Was soll der Hintergrund? Das ist ein Fernseher. Was soll das? Was soll der Hintergrund? Was soll das? Keine Ahnung, fass mich so nicht. Was soll das? Und jetzt wollen wir auf YouTube stellen, oder wie? Das ist voll, das ist Action-Greif. Das ist besser als Ding von Fluchtaufgabend. Wer ist da? Ich will Pause jetzt. Ich mach doch. Wie besser ist das Fluchtaufgabend? Fühl, film! Hör, geh mir zu, hör, geh mir zu! Da ist das, sollen wir uns ins Kino stellen. Ins Kino, ins Kino! Ja, ins Kino. Okay, jetzt fortsetzen wir wieder fort. Ja, wir wollen mit dem Punkt. Ja, wie seht die? Bleib fort. Halt, Pause, um mir. Was war das? Warte. Ja, das kommt bei technischen Störungen. Ja, Pause, um mir. Was ist sogar Pause? Es geht jetzt. Also, du hast Dinge. Was? Gott, wie blöd bist du. Ja, die technischen Störungen sind wieder vorbei. Jetzt machen wir kurz Pause. Zum Essen. Ja. Ja, aber es geht wieder weiter. Jetzt zeigen wir euch mal tolle Filme, tolle Action und tolle Ideen. Aber bitte, wenn ihr das Video anschaut, es tut mir leid, wenn es so lang ist. Aber schaut euch es beim nächsten Mal bitte ganz voll an. Bitte, ich rede euch an. Das ist astreinisch Wurst. Bei jeder Sendung machen wir ein, was Neues. Und bei der letzten Sendung wird es abgefahren. Ja. Ja. Und bitte abonniert es. Oder so. Bitte, dann machen wir noch mehrere Videos. Also, ciao. Ciao.